Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schweigen ändert nichts mit euren zwei lieblingsbesten Freunden. Heute auch ganz intim, nur wir zwei. Yes. Wir sprechen über Mental Load. Schon mal von gehört? Wenn nicht, dann klären wir euch heute auf. Aber erstmal das Intro. Here we go. Schau mir in dieses Gesicht. Ich seh nicht, wie du bist. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Schweigen ändert nichts von Bartome und Jana Krämer. Das Leben ist scheiße, man. Nicht gescriptet. Und auch wenn ich das gerne so hätte, damit ich mich darauf einstellen kann, wie das Ende ist. Gemeinsam mit der SBK brechen wir das Schweigen. Sprechen über Tabus, Freundschaft, Psychofax und heute über Mental Load. Was das überhaupt ist, wen es besonders betrifft und wie man ihn vermeiden kann, damit das Leben leicht bleibt. Oder besser gesagt, Teamwork makes the dream work. Aber dazu jetzt mehr. So, da sind wir wieder. Mental Load. Habt ihr schon schnell gegoogelt? Ich hab's gegoogelt. Ja? Hast du? Und? Was ist deine Definition davon? Also die Definition, die ich gefunden habe von Mental Load ist, also auf Deutsch ist es einfach psychische Belastung. Und im Grunde sind es all die Aufgaben des Tages, die nicht wirklich sichtbar sind. Die unsichtbaren Belastungen, die man quasi so als, ach, ist doch nicht der Rede wert, Aufgaben abtut. Und… Das klingt auf jeden Fall nach dem Wikipedia-Text. Ja! Wikipedia hat mir so durch die Uni-Zeit und die Schulzeit geholfen. Das ist echt für mich, naja… Ja, das packen wir auf jeden Fall auch in die Shownotes. Da könnt ihr nochmal nachlesen. Ja, und tatsächlich ist es aber im Grunde etwas, was meist in Paarbeziehungen aufkommt und was, wenn man jetzt mal weitergoogelt, tatsächlich eher so den Frauen zugeschrieben wird, dass die einen sehr hohen Mental Load haben und dass das vergleichbar mit dem, der Männerwelt zugeschriebenen Burnout ist. Ja, aber da würde ich ja zum Beispiel sagen, beim Burnout ist man da dann nicht quasi… Ausgebrannt. Genau, und Mental Load ist ja quasi ein Zustand, der zum Burnout führen könnte. Ja, ja, genau. Aber Mental Load ist für mich so eine Sache, wenn, ja, wenn zum Beispiel, ich ziehe mich zu Hause komplett aus allen familientechnischen Sachen, das stimmt nicht ganz, ich ziehe mich nicht komplett raus. Wollte ich schon sagen. Aber ich, es ist schon so, dass ich jetzt nicht unbedingt alles permanent auf dem Schirm habe und schon auch erwarte, das ist schon ab, das kam ja so raus, also anscheinend tue ich das, auch erwarte, dass mir Aufgaben zugeteilt werden und eben nicht diese permanente, diese permanente, also das auch auf dem Schirm habe alles. Okay, krass. Genau, also was so gemacht werden muss, was so anliegt. Anders eingeschätzt. Ich hätte jetzt wirklich… Bist du jemand, dem man sagen muss, ey, es wäre jetzt mal an der Zeit, die Spielmaschine einzuräumen oder es wäre mal an der Zeit, den Tisch abzuräumen? Siehst du Aufgaben nicht, wenn sie da sind? Doch, schon, aber nur, wenn ich Zeit habe. Du hast nie Zeit. Oder wenn ich merke, oder wenn ich merke, dass das dann halt gerade… Die Stimmung kippt. …heikel wird, dann wird man sensibler dafür, ja, das stimmt schon, aber es ist ja von Haus aus und das ist auch so eine Sache, die ich in einem Artikel gelesen habe, wo es so, wo mal so Mann und Frau die Meinungen da gegenübergestellt worden sind, dass man, dass ich auch in einer Welt groß geworden bin, wo es so hieß, der Mann bringt das Geld nach Hause, die Frau kümmert sich um die Kinder. Ja, so, also irgendwie habe ich das so vorgelebt bekommen, gar nicht mal so krass in meiner Familie, weil meine beiden Eltern gearbeitet haben, Mama und Papa, aber schon irgendwie so in dem Verständnis. Ich weiß gar nicht, warum, wo das jetzt genau herkommt, aber ich meine, generell gesellschaftlich ist es ja schon so, dass man immer noch so dieses Ding ist, Papa arbeitet, kommt spätabends nach Hause, egal was man guckt, egal welchen Film, egal welches Comic oder egal welches Anime oder whatever. Es wird besser, finde ich, also es wird schon, also ich glaube, ich habe schon das Gefühl, dass es, dass mehr gezeigt wird, dass einfach auch Frauen arbeiten gehen, außerhalb der Familienarbeit, die sie zu Hause erledigen, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass Frauen trotz, dass sie arbeiten gehen, die Hausarbeit quasi so on top draufgelegt wird und dass das noch immer als eine Selbstverständlichkeit angesehen wird, zum Beispiel jetzt in der Zeit von Homeoffice und Homeschooling und so weiter, ist es tatsächlich, wenn man sich so mal die Umfragen anschaut, so, dass schon klar ist, ja, die Frau regelt das dann schon, dass das schon ein allgemeines Verständnis ist. Ich würde sagen, es geht noch nicht mal darum, dass man, dass es darum geht jetzt, oh, machst du die Wäsche oder machst du dies oder machst du jenes. Ich glaube, das kann man ganz gut und easy delegieren, aber am Ende des Tages ist es trotzdem und irgendwie muss ich mir da schon auch an die eigene Nase fassen, so, dass ich schon erwarte, dass, ja, meine Frau da schon das zu Hause, dass da irgendwie alles regelt, also noch immer noch auf dem Schirm hat, mich zu mir zumindest sagt, ey, mach mal bitte dies und das und jenes. Das heißt, sie kann sich ja, sie kann das nicht aus dem Kopf rausnehmen, sondern sie ist trotzdem noch dafür verantwortlich, jetzt zum Beispiel zu sagen, heute ist Sonntag, heute werden die Mülltonnen rausgestellt bei uns. So, ne, dann komme ich heute Abend nach Hause, aber wahrscheinlich gucke ich beim, also ich habe, das habe ich schon auch mit drin, aber ich weiß, dass heute Abend auch gefragt wird, wenn ich nachts nach Hause komme, stehen die Mülltonnen draus. Sie verlässt sich, sie kann sich nicht auf dich verlassen. Sie verlässt sich nicht. Sie verlässt sich nicht. Sie kann schon. Hallo, hallo, hallo. Ja, so siehst du ja, ich habe das gerade auch auf dem Schirm. Ich weiß, welcher Tag ist und das zeigt schon, hey. Also sie würde es nur entlasten, wenn sie sich so sicher wäre, dass sie dich nicht mehr reminden muss. Dann würde es ihren Mental Load nach unten schrauben. Richtig, aber das ist ja nicht mein Problem. Also verstehst du, es ist ja schon meine Aufgabe und da finde ich, kann man jetzt auch nicht sagen, nur weil sie sich nicht verlassen kann, ist das meine Schuld. Man muss ja auch lernen, abgeben zu können. Hast du es schon mal vergessen? Sonst kann man es, ja, aber wir sind auch drei Haushalte. Ja, ey, ganz ehrlich, meine Frau hat auch schon tausend Dinge vergessen im Haushalt. Es geht jetzt nicht um Vorwurfspingpong. Darum geht es ja nicht. Ja, natürlich. Also wir reden doch nicht darum, heißt es, ein Leben lang darf ich nie wieder einen Fehler machen, damit man sich auf mich verlassen kann? In dem Punkt. Sonst kann man es nicht aus seinem Mental Load streichen. In dem Moment, wo man sich… Ja, sorry, ey, aber das ist ja völliger Bullshit. Nee, aber in nur… Nee, dann geht halt mal was in die Hose. Ja, und? Ja, aber das ist halt schade. Aber der Mental Load lässt erst nach, der wird ja wirklich ab dem Moment verringert, wo sie dich nicht mehr reminden muss. Ab dem Moment. Muss sie ja nicht. Muss sie ja nicht. Muss sie ja nicht. Du willst dich jetzt ernsthaft hier hinsetzen und sagen, nur weil ich einmal, einmal in einem Jahr vergessen habe, die Mülltonnen rauszustellen, kann sie sich jetzt nicht mehr auf mich verlassen. Nee gut, wenn es einmal in einem Jahr ist, dann finde ich, okay, dann kann man es. Klar, wenn ich es alle zwei Wochen vergesse, dann würde ich sagen, vielleicht nicht geil. Ja, aber es wäre natürlich besser, wenn du quasi schon einfach auch, um ihr das Gefühl zu geben, dass sie sich verlassen kann, dann sagst, hey, ich habe das rausgestellt. Weil dann lernt sie ja quasi dieses, hey, ich muss nicht nachfragen, sondern es passiert von alleine. Ja, aber… Es ist ja dann quasi überprüfbar. Ich finde das Kontrolletti, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wie ist das denn bei euch zu Hause? Es geht ja gar nicht um Männer- oder Frauenbeziehungen. Du wurdest ja mit deiner Mutter zusammen. Mhm. Kontrollierst du alles, was deine Mutter macht? Nein. Also, aber es ist auch nicht so, dass wir die Aufgaben so getrennt haben. Also, Mental Load sind ja genau die Dinge, die quasi immer wieder anfallen, aber die einfach nur sich summieren, aber die jetzt fernab der To-Do-Listen sind, sag ich mal. Sondern, also, wenn man jetzt zum Beispiel, ich habe ein sehr schönes Beispiel gefunden, zum Beispiel, wenn man in einer Familie lebt, wo es auch, wo Kinder sind, die dann zu Geburtstagen eingeladen werden. Dann, denn es umfasst quasi die Klärung verschiedener Aufgaben. Und Mental Load jetzt nur mal an diesem Beispiel, wenn das Kind zu einer Geburtstagsparty eingeladen ist. Jetzt nur mal die Liste, die dann von der Person, die sich drum kümmert, durchgegangen werden. Was gar nicht so … Ich kann, pass auf, ich rate und du sagst, ob ich alles drin habe. Ja? Okay. So, weil es heißt ja immer, dass Männer da nicht mitdenken. Ja, ja, okay. Mhm. So, ich sage auf jeden Fall, wenn da eingeladen wird, erstens, an welchem Tag ist das? Fallen andere Termine an dem Tag an? Wer bringt das Kind dahin? Wer holt das Kind ab? Wo wohnt das Kind? Welchen Weg muss man gehen? Man muss checken, hat man ein Geburtstagsgeschenk? Ist das … Wie ist man befreundet? Wie groß und wie teuer muss das Geburtstagsgeschenk sein? Gibt es andere Freunde? Kann man sich abklären, ob die anderen Freunde Sachen schicken, schenken, vielleicht auch zusammen schenken? Muss man … Wie ist der Geburtstag überhaupt gestaltet? Geht man schwimmen? Geht man Bowling fahren? Macht man Schnitzeljagd? Muss man vielleicht draußen Sachen einpacken? Muss man Schwimmsachen einpacken? Muss man … Was auch immer, muss jetzt nicht alle Eventualitäten auflesen und so. Und man muss sich vielleicht auch noch Gedanken machen, das war früher so zumindest, auch ein Stück weit, welchen gesellschaftlichen Status hat das Kind, dass man jetzt vielleicht auch nicht ein super krass teures Geschenk schenkt? Also, dass es im Verhältnis steht zur Gruppe und zur Action, die man dann da so macht, würde ich jetzt sagen. Und das … Ja, genau. Fertig. Das wären so die Sachen, an die ich denke. Also, du hast an sehr viel mehr Dinge gedacht, als hier draufstehen. Also, natürlich wäre auch noch schön zu wissen, wie das Kind hinterher wieder nach Hause kommt. Das habe ich gesagt. Ja. Nee, wie es hingebracht und abgeholt wird. Du hast schon recht. Nee, also, und dann halt, du hast tatsächlich sehr viele Punkte einfach auch gehabt. Das Einzige, was noch drin ist, halt müssen dann Hausaufgaben nachgeholt werden. Aber das ist bei dir mit kollidiert, das mit anderen Sachen, ne? Aber … Hausaufgaben, drauf geschissen, wenn eine Party läuft. Nee, aber du hast tatsächlich … Deswegen, ich finde dieses Mental Loading ist eigentlich ein Thema, was wir, weil du ein sehr, sehr aufmerksamer, empathischer Mensch bist und weil ich einfach keine Paarbeziehung habe, sind wir zum Glück weit davon ab, irgendwie unter einem zu hohen Mental Load zu leiden. Und deine Frau zum Glück auch, dass sie keinen extrem hohen Mental Load hat, weil du … Ist schon so. Also, wir sprechen da schon drüber. Okay. Also, es ist schon so, dass … Aber das ist, glaube ich, auch eine Sache, die dem Ganzen dann vorbeugt, dass man eben spricht. Und dass man nicht nebeneinander herlebt, sondern dass, wenn einem Dinge auffallen oder wenn man das Gefühl hat, selber überlastet zu werden, haben wir keine Probleme damit, das gegenüber dem anderen anzusprechen. Und ich glaube … Und genauso ist sie, genauso ist sie auch in die Finanzen involviert. Also sie, ich bin da auch immer der Meinung, sie sollte noch besser auf mein Konto aufpassen, weil ich bin, leider Gottes ein Konsumkind. Aber ich glaube, der Kerl in dem Ganzen ist auch einfach, dass man die Aufgaben sieht und auch mal Danke sagt. Zum Beispiel, heute musste ich so lachen, weil ich habe den Tisch abgeräumt. Also, meine Mama und ich haben gefrühstückt und danach den Tisch abgeräumt. Und dann hat sie so Danke gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist doch selbstverständlich. Aber tatsächlich ist es, glaube ich, dieses, dass man die Arbeiten, die der andere macht, sieht. Und dass man aber auch gegenseitig sich zwischendurch mal mitnimmt und dem anderen auch einfach wirklich vor Augen führt. Also, du warst da so tagtäglich passiert. Gar nicht mal, um irgendwie beklatscht zu werden und um da großes Lob zu kassieren, aber um es sichtbar zu machen. Und da finde ich, dass es tatsächlich schon irgendwie so ein bisschen was ist, was ich glaube, warum das eher den Frauen zugeschrieben wird, dass sie unter einem sehr, sehr hohen Mental Load leiden. Weil Männer bekommen für ihre Arbeit am Ende des Monats oder am Anfang des Monats Kohle überwiesen. Und allein das ist ja schon eine Danksagung im Endeffekt. Und Frauen bekommen das für die Hausarbeit nicht. Und deswegen muss man das auf andere Art und Weise schon irgendwie auch wertschätzen. Aber ich habe das auch, bekomme das ja tatsächlich dann auch mit bei der einen oder anderen Familie, dass dann irgendwie die Frauen um irgendwie Geld fragen müssen, wenn die sich mal was gönnen möchten. Das ist zum Beispiel bei uns auch nicht so. Wir haben ein Konto, das gehört allen so. Wie viele Frauen hast du denn? Das gehört allen. Das ist ein Gentleman schweigt und genießt. Aber genau, also das, ich finde schon zum Beispiel jetzt an anderer Stelle, dass es vielleicht gar nicht so ein Frauending ist, sondern dass es ganz individuell sein kann. Zum Beispiel bei uns jetzt in der, wenn so wie wir beide zusammen arbeiten, ist zum Beispiel so, du machst nichts mit Steuern und Geld und diesem ganzen Kram. Du machst nichts. Nee, du hast von Anfang gesagt, ich will damit nichts am Hut haben. Ich kann es nicht machen und ich habe gesagt, okay, ich mache das. Aber es ist natürlich schon der Mental Load, den ich habe, sozusagen darauf zu gucken, dass alles passt. Dass nicht am Ende irgendwann so von heute auf morgen da steht, ja. Ihre Firma ist insolvent. Genau, richtig. Dördeli dörd. Das ist in diesen Zeiten auch nicht unbedingt die dankbarste Aufgabe der Welt. Aber hast du das Gefühl, dass ich da das wertschätze und dass ich auch mal dazu danke sage, dass du das machst? Oder hast du das Gefühl, es ist eine nicht gesehene Aufgabe, die dir obliegt, unter der du leidest? Ich glaube, das habe ich ja nicht gesagt, aber es ist keine dankbare Aufgabe und ich habe den Mental Load schon, den Permanenten, das im Blick zu behalten. Alle Rechnungen zu überweisen, diesen ganzen, halt den ganzen ab. Die Scheiße, wollte ich jetzt einfach mal loswerden. Die ganze Drecksarbeit habe ich, die ganze. Nein, Quatsch. Alles gut, nee, ist alles super. Jetzt kommen hier die ganzen Mails. Jana lebt YOLO und David und Bartomeu muss es zusammenhalten bei all den Klamotten, die sich Jana ständig neu kauft, damit wir auch alle Klischees hier bedienen. Nee, aber das ist zum Beispiel auch eine Sache, wo ich jetzt nicht sagen würde, das ist ein klassisches Frauending, sondern ich glaube, es geht darum, zum Beispiel dieses Steuerthema ist, glaube ich, auch in vielen Familien. Achso, genau, wenn man es auf eine Firma, also ich glaube, in Firmen ist es quasi, das ist part of the deal und man kriegt am Ende des Monats Geld dafür. Ich kriege kein Geld dafür bei uns, dass ich die Steuern mache. Aber wir haben quasi eine Aufgabe. Wo ist mein fucking Reward am Ende? Wir haben eine Aufgabenteilung in der Firma, ich kümmere mich um Dinge und du kümmerst dich um Dinge. Und ich glaube, dass es bei diesem Mental Load tatsächlich eher um eine psychische Belastung im Privatbereich geht. Weil ich glaube zum Beispiel eine Sekretärin, die ihrem Chef den Rücken frei hält, sich quasi um all diese Organisationssachen kümmert, um Reiseplanung, dass der Chef weiß, wann er auf welchem Bahnsteig stehen muss. Und ich glaube, dass das quasi dadurch, dass es entlohnt wird, das gehört auf die To-Do-Liste der Jobbeschreibung. Ich glaube, dass Mental Load eher im privaten Bereich ist. Weil es sich um Alltagsaufgaben, also quasi nicht Berufsaufgaben, sondern um Alltagsaufgaben geht. Ja, aber ich finde zum Beispiel Mental Load ist auch so eine Sache, wo es um das Wohlbefinden der Gruppe geht. Stimmt, ja, um die Sorgearbeit, das ist darum gesetzt. Und ja, und ist deine Sekretärin keine Sorgearbeit? Doch, natürlich. Also. Ich war jahrelang deine Managerin, das ist definitiv Sorgearbeit. Nein, aber ich weiß, was du meinst. Da kann ich nur sagen. Ich weiß, was du meinst, aber ich. Du bist derjenige, der in den Podcasts hinterher schneidet. Du musst es rausschneiden. Es gab keinen, das lasse ich schön drin alles, da kannst du mal Gift drauf nehmen. Wir sind hier, Schweigen ändert nix. Wir sind Team Schweigen ändert nix. Hier kommt mal die knackige Wahrheit auf den Tisch. Nein, aber siehst du es nicht so, dass es eher die Sachen sind, die quasi stillschweigend als gegeben hingenommen werden vom Gegenüber? Ich glaube, dass ab dem Moment, wo man… Aber das geht, glaube ich, auch beruflich. Okay. Glaube ich schon. Also, glaube ich, geht jetzt gar nicht um mich, davon mal ganz ab jetzt. Das war ja auch halb im Spaß gemeint, wirklich. Aber ich glaube schon, dass das in der Arbeitswelt auch funktioniert, weil jetzt zum Beispiel, wenn ich an dein Beispiel der Sekretärin denke, die wird nicht den Stift fallen lassen, wenn die Reiseplanung noch nicht fertig ist für den Chef, sozusagen. Das ist auch ihr Mental Load, da die besten Sachen rauszufinden und irgendwie die ganze Zeit eben wahrscheinlich auch die Befindlichkeiten und die Reisewünsche und all das von demjenigen, für die sie das plant, im Kopf zu haben. Und vielleicht auch noch für die Gruppe und dies und das und jenes, das ist schon auch ein ziemlicher Stress. Also, was mir auffällt, dass, wenn es so ums Touren geht, dass ich da gar keinen Mental Load habe. Ich habe meine To-Do-Liste. Das weiß ich. Das weiß ich wohl, dass du da keinen Mental Load hast. Aber lass uns ruhig noch mehr über meine Aufgaben in dieser Firma sprechen. Da ist es definitiv so, dass ich da keinen Mental Load habe. Also, ich habe jetzt nichts, was irgendwie nebenher läuft, was ich auf dem Schirm haben muss oder so, sondern ich steige einfach ein, steige wieder aus und du kümmerst dich um die Essensplanung. Also, da ist es tatsächlich … Da bin ich ja zum Glück auch nicht allein. Das macht ja Flo auch noch. Ja, genau. Weil ich da auch gesagt habe, irgendwann, ich muss auch mal Musik machen. Ich kann nicht nur noch irgendwelche Orga-Mails hin und her schreiben und irgendwelche Routen planen und Hotels buchen und dies, das und jenes. Aber genau das ist es mit all den Befindlichkeiten, die man … Das ist eigentlich ein super Beispiel, die jeder, mit dem man auf Tour ist, dann auch so hat, die alle im Kopf zu haben immer und alles zu checken. Ja, dann nur ein Fünf-Sterne-Hotel, selbstverständlich. Glutenfreies Frühstück. Dann, ja, es gibt halt sehr viele Dinge, die bei mir … Und jetzt dürft ihr raten, was von diesen zwei Beispielen wirklich wahr ist. Fünf-Sterne-Hotel oder glutenfrei? Ich verstehe die Frage nicht. Oder? Geil, du zeichnest ein Bild von dir, was ich versuche noch zu korrigieren, was aber nicht mehr anzureißen ist. Fräulein, Fünf-Sterne-Hotel, da haben wir auch schon wirklich sehr, sehr lange nicht mehr drüber gesprochen. Kann mal bitte einer rausfinden oder eine, wann wir das letzte Mal Hotelgate hatten. Das ist schon lange her, da müsste wirklich einige Folgen zurückspringen an den Anfang. Aber irgendwo war das mal Thema, eine ganze Reihe lang. Aber wir waren auch für Ewigkeit nicht mehr auf Tour. Ja, wird Zeit, wird wirklich Zeit. Nee, aber ich glaube schon, dass man sehr darunter leiden kann, wenn man jetzt, um zurück in die Paarbeziehungswelt zu tauchen. Ich selber habe es zum Glück, da ich noch nie einen Partner hatte, noch nie erlebt. Ich bin einfach sehr, sehr glücklich. Aber ich weiß, dass es das gibt. Ich habe selber schon gehört, wie schlimm es ist, wenn die, hier in dem Fall ist es dann eine Frau, wenn die ganze Hausarbeit, die Kids, alles an einer Person hängen bleibt und die andere Person quasi nach der Arbeit nach Hause kommt, die Füße auf den Tisch legt und sagt, wieso ist hier, wieso tobt hier das Chaos? Sorry, aber wir sind doch auch nicht mehr 1950. Ich finde, da muss man halt dann darüber sprechen. Das ist für mich ja sowieso das A und O in jeglicher Beziehung, ob Freundschaft, ob Liebesbeziehung zu Eltern oder sonst was. Man muss einfach über die Dinge sprechen, die einem auf dem Herzen liegen und die einen belasten. Das muss man einfach. Und ich meine, das ist natürlich nicht immer einfach. Das ist, aber ich finde, man muss vielleicht auch zu dieser Einordnung, weil wir jetzt die ganze Zeit auch so ein bisschen darüber diskutiert haben, was ist denn überhaupt Mental Load? Wo fängt das an? Ich habe Tests gefunden, einmal im privaten Leben und einmal im Arbeitsleben, wie man einfach für sich, der dauert so eine Viertelstunde, glaube ich, auschecken kann, wie so der Mental Load bei einem ist. Ja, klar können wir das machen. Das könnt ihr übrigens auch machen, die ihr uns gerade zuhört. Wir verlinken die Tests unten in den Shownotes und dann macht das doch einfach mal. Da könnt ihr so ein bisschen testen, ob ihr darunter leidet. Und dann gegebenenfalls gibt es natürlich auch ein paar Tipps, haben wir auch noch zwei schöne Artikel, unter anderem auch von der Siemens Betriebskrankenkasse, die jetzt auch hier unten verlinkt sind, wo man dann so ein bisschen gucken kann, wie man dem vorbeugen kann. Denn das Schlimmste ist, wenn man das Gefühl hat, alleine zu sein mit diesen Aufgaben, die dann eben nicht gesehen werden. Und da gebe ich dir auch recht, das ist natürlich echt doof, wenn man das Gefühl hat, ich arbeite hier rund um die Uhr. Und wirklich ein Kind großziehen oder die Familie zu organisieren und so ist mehr als ein Fulltime-Job, wo man eben auch nicht so easy sagen kann um 18 Uhr, so, ihr könnt mich alle mal, ich fahre jetzt nach Hause sozusagen und lasst die Arbeit Arbeit sein, sondern man macht einfach direkt, instant weiter. Kannst du vielleicht mal ein paar Fragen aus dem Test sagen? Respekt. Oh, den müsste ich jetzt aufklicken, dann machen wir jetzt hier kurze Werbemusik, meine Damen und Herren. Und gleich kommen wir wieder mit Fragen aus dem Leben-Test. So, ihr Lieben, wir sind wieder da. Ich habe den Test jetzt vor mir liegen. Jana wollte schon ihn direkt mit mir machen. Er dauert aber eine Viertelstunde. Ich glaube, das würde unsere Podcast-Zeit sprengen. Ihr könnt ihn aber, wie gesagt, zu Hause machen. Und schreibt mal das Ergebnis von eurem Test unten in die Kommentare vom Video. Da bin ich neugierig. Wenn ihr bei YouTube schaut, dann schreibt es mal in die Kommentare. Dann können wir mal gucken, wie es bei euch so ausgefallen ist. Genau. Und wenn ihr das jetzt nicht super öffentlich machen wollt, dann schreibt uns einfach auf den sozialen Medien, wie ihr Bock habt. Oder einfach unter www.schweigen-endert-nichts.de. Vielen Dank für diesen kleinen Werbe-Break. So geht's. Jetzt in diesem Test. Das ist der Do-You-Equal-Care-At-Home-Test. Ja, betrachte alle Aufgaben in der nachfolgenden Tabelle und setze hinter diejenigen, die du bei dir zu Hause übernimmst, ein Kreuzchen. Okay. Nimm oder mach dir am besten gleich zwei Kopien des Tests. Einen für dich und einen für deine Partnerin. Okay. Und so weiter und so fort. Genau. Müll rausbringen. Richtig. Wie heute. Wenn bestimmte Aufgaben bei dir nicht anfallen, lass das Kästchen frei. Okay. Und so weiter und so fort. So, und dann kann ich jetzt mal noch aufschauen. So, jetzt zum Beispiel Haushalt. Ja. Wäsche waschen, aufhängen. Wäsche falten, wegräumen. Betten machen, kochen. Küche aufräumen, spülen. Einkaufen. Einkaufsliste pflegen. Müll rausbringen. Aufräumen. Aufräumen. Saugen. Wischen. Bad putzen. Blumen gießen. Staub wischen. Bügeln. Wocheneinkauf. Mahlzeiten planen. Frisches Obst. Gemüse. Blar kaufen. Betten frischbar. Und so weiter und so fort. Ihr könnt da immer ein Häkchen hinter machen und dann nachher austauschen. Unterload ist null. Macht alles die Mutter. Also, ich mache mein Bett selber und ich räume manchmal die Spülmaschine aus und natürlich räume ich, also wenn ich was abräume vom Tisch, räume ich es in die Spülmaschine ein. Aber ich würde sagen, wenn es jetzt um die Haushaltsaufgabenverteilung ist, sind wir bei 90, 10. 90 Prozent macht meine Mama und 10 Prozent mache ich. Da seht ihr, es bleibt einfach ein Leben lang ein Kind im Kopf und ein Teenager, lebt mit eurer Mutter zusammen. YOLO, Leute. Und ab jetzt gibt es natürlich auch den How-Do-You-Care-Heidi-Extreme-Test bei uns im Merch-Shop. www.mein-merch.de Oder zusammengeschrieben. Ich weiß es noch nicht mal mehr. Ist schon richtig. Kauft euch eure Heidi für zu Hause. Und ihr habt keinen Mental Load mehr, sondern den 90, 10-Test. Meine Mama ist aber tatsächlich inzwischen auch, wo du sagst, kauft euch eure Heidi für zu Hause. Also es gibt tatsächlich schon erste Anfragen, ob man sich meine Mama ausleihen kann und ob meine Mama jetzt auch ihren TikTok-Kanal mehr pflegt. Und wie ich es finde, dass sie schon so viele Follower hat. Und meine Mama wird schon beim Einkaufen... Wie viele Follower hat deine Mutter? Ich glaube 100. Achso, okay. Ich dachte gerade, du sagst jetzt 100.000. Nein, nein, nein. Da wäre ich ein bisschen neidisch gewesen. Nein, nein, nein. Heidi hat einfach das Feld von hinten aufgerollt. Absolut, meine Mama. Nee, da mache ich ja gerade Pause. Ich bin da tatsächlich, ich bin echt, wie heißt das Wort? Faul? Was Haushalt angeht, bin ich in denen... So wie ich Heidi kenne, macht ihr das ja auch super gerne. Ja, aber das heißt ja nicht... Und ich bin auch dankbar und das sage ich ja auch. Und ich freue mich auch, wenn ich dann mal... Vielleicht ja auch eine Win-Win-Situation. Bestimmt. Aber trotzdem, für viele Sachen, die sehe, bin ich dann auch blind. Also zum Beispiel, das sehe ich nicht mehr, ob das auf dem Boden gesaugt werden müsste. Also, weil es passiert automatisch. Das ist quasi komplett bei mir aus dem Horizont verschwunden. Oder ob der Kühlschrank leer ist, achte ich nicht drauf. Ja, aber nur bei dir zu Hause, ne? Also wenn du, ich weiß, wenn du in Hotels bist oder so, du, da läuft der Mental Load aber direkt wieder auf 100 Prozent. Ja, klar. Also, das ist ja auch schön. Und solche Orte muss es ja auch geben. Und das ist ja auch Teamwork. Und ich glaube, Heidi macht das super gerne, weil ich weiß auch, du musst dich ja nicht schlechter dastehen lassen. Ähm, als du bist. Ähm, nee, weil wenn du, wenn wir immer auf Tour sind, ist Heidi auch immer überglücklich, wenn du wieder da bist. Also wirst du auch irgendwas richtig machen. So. Ja. Und dementsprechend, ich glaube, am Ende des Tages, ähm, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ey, bei uns zu Hause ist das jetzt vielleicht auch ein bisschen das Ungleichgewicht, irgendwie so ein bisschen, habe ich das Gefühl, die ganze Arbeit liegt bei mir. Oder, hm, wenn uns ein paar Männer zugucken oder eben auch vielleicht Frauen, ähm, die denken, hm, vielleicht könnte ich meinen Partner auch mal wieder mehr unterstützen. Oder vielleicht meine Eltern ein bisschen oder so. Dann, ähm, macht doch mal diese Tests. Oder mal Danke sagen. Ne, genau, richtig. Ihr müsst ja gar nicht auch direkt den, den, den ganzen Laden übernehmen. Ähm, einfach mal Danke sagen. Ja, es wertschätzen. Also das tut ja auch schon gut. Oder von selbst mal ein bisschen was machen. Mütter sind mit sehr wenig zufrieden. Lasst euch das gesagt sein. Ehefrauen auch. Guckt euch Jana an. Guckt euch Jana. Nein, ich hab dich lieb. In diesem Sinne, äh, bevor wir uns jetzt auch wirklich die Köpfe einschlagen, sind wir gespannt auf eure Testergebnisse. Wir haben euch unten noch ein paar schöne Sachen verlinkt, wie schon erwähnt. Vor allem, wenn man da rauskommt. Nein. Das, äh, das, äh, das. Genau, es ist nämlich wichtig, gerade auch in diesen besonderen Zeiten, wo man noch mehr zu Hause ist, ähm, bitte passt auf euch auch, auch ganz besonders auf eure psychische, nicht nur physische, sondern psychische Gesundheit, ähm, dass es euch gut geht. Denn, ähm, lasst es euch gesagt sein. Wir nehmen das Flugzeugbeispiel. Wenn das Ding abstürzt, dann zieht euch als erstes die Sauerstoffmaske um, dann könnt ihr nämlich alle retten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es muss euch auch gut gehen, damit ihr für alle da sein könnt. Bitte vergesst euch nicht selbst. In diesem Sinne, äh, alles Liebe, alles Gute und wir hören uns in zwei Wochen wieder hier. Und lasst uns mal auch ein, auch ein Like da und dann schreibt uns, wie es euch diese Folge gefallen hat. Genau. Wir freuen uns drauf. Bleibt gesund. Ciao. Tschüss. Danke, dass ihr immer an unserer Seite seid und gemeinsam mit uns das Schweigen brecht. Wir freuen uns jedes Mal, wenn ihr euer Leben mit uns teilt, uns Feedback schreibt und dabei seid, wenn es wieder heißt, Schweigen ändert nichts. Das wissen wir sehr zu schätzen. Genauso wie die Unterstützung der Siemens Betriebskrankenkasse, ohne die dieser Podcast nicht so möglich wäre. Ein Danke kostet nicht viel und sagen wir viel zu selten, oder? Deshalb sagt es einfach jetzt direkt euren Liebsten. Einfach jetzt aufstehen und den Arm nehmen und sagen, danke, dass es dich gibt. Oder schreibt eine WhatsApp, wenn das gerade nicht möglich ist. Die Folge ist eh vorbei. Ihr verpasst also nichts. Ihr könnt natürlich auch uns schreiben und folgen auf Instagram, TikTok, YouTube oder www.schweigen-endert-nichts.de Wir freuen uns auf die nächste Folge in zwei Wochen und bis dahin bleibt gesund, passt auf euch und eure Liebsten auf und alles Liebe, euer Barto.